Das mag ich von der Optik her nicht und mit der Schaufel geht es doch schöner. Und was ich ja gestern, gestern habe ich ja wieder eine Halle gekauft gehabt und habe sie auf den Hof gestellt die Halle. Aber ich bin ja heute im Spiel und dann hat er mir wieder die Türen geschlossen, dass er die Förderbänder weggerissen hat. Jetzt habe ich die Halle wieder weggetan, weil das gefällt mir einfach nicht. Wenn ich immer wieder mit den Türen rumscheißen muss, dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Aber da gefällt mir schon etwas ein, was mir gefällt, auch von der Optik her. Vielleicht stelle ich die Zweierhalle nochmal da unten hin. Ich muss zwar erst alles wegräumen, aber das ist nicht so schlimm. ? Das ist nicht so schlimm. Wir könnenθηge Lucyна hit och dann gucken wir mal das noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe es befürchtet, ich habe es befürchtet, ach da fahren wir jetzt noch mit dem Zug. Also das ist schon voll, da sind 500.000 Liter Sonnenblumen drin. Dürfte mal was gehen hier. Fährt er jetzt noch mal runter oder nicht? Der fährt noch mal runter. Lass genau ums Ausschlecken was stehen. Okay. 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 So. Da muss ich mir was einfallen lassen, weil das gefällt mir nicht. So irgendwie umbauen. Da werde ich wahrscheinlich eine Zweiterhalle nochmal hinstellen. Ich glaube das ist die beste Lösung. Gut. Das ist Murphy's Law ja. Ja. Aber total. So dann gehen wir mal in die Karriere. Da sind wir zwar immer noch hoch drum, aber da kann ich die Zeit ein bisschen laufen lassen. Und da ist das dann wurscht. Und da ist das dann wurscht. Jetzt geht's das bitte. Ich glaube doch. Das ist das. 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 Das ist dasザ Teil. Ich habe auch die Hallen an. Ich habe immer das Problem mit den Türen, es gehen nie die Türen auf, die ich will und von daher... Na komm, jetzt mach fertig da. So, dann nehmen wir... Was nehmen wir denn da jetzt für einen? Stroh brauche ich. Der da steht günstig. Der steht günstig. Ein bisschen klein und komisch sehen sie aus, aber sie passen eigentlich zu einem Bauernhof. Von dem her... Und den besten Mod finde ich ja den mit der Kollisionskamera. Also da kannst du jetzt sagen was du willst, aber das finde ich den besten Mod. Passt endlich diesen Scheiß aus, als dass das rauf runter hüpft. So, da haben wir noch Stroh hinten, das werden wir brauchen. Okay. 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 So, dann gehst du an. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis dann live! Futter haben wir noch. Machen wir noch mal 16.000 Liter, dass es nicht gleich ausgeht. Futter haben wir noch. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.